Der erste Baselbieter Elterntag hat gestern in Brattelen auf dem Platz vor der alten Dorfturnhalle stattgefunden. Der Anlass, der zum 40-jährigen Jubiläum der Baselbieter Elterenbildung durchgeführt worden ist, ist vom Wetter begünstigt worden und ist zu einem eigentlichen Publikumsmagnet geworden. 23 Stände von verschiedenen Organisationen haben den Kindern und ihren Eltern interessante Möglichkeiten geboten, sich zu informieren, sich zu betätigen, aber auch sich zu verpflegen. Sofern der allgemeine Eindruck nicht täuscht, könnte der nächste Elterntag zutreffender Baselbieter Familientag genannt werden. Das ist ein sehr guter Tipp. Das ist ein sehr guter Tipp. Das ist ein sehr guter Tipp. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020